Liebe Zuschauer, heute hier im Stadion, der Stefan. Stefan erzählt den tollen Menschen da draußen, warum sie sich zu unserem Kongress anmelden sollen. Das Spannende an diesem Kongress sind eben so diese völlig unterschiedlichen Charaktere und dadurch, dass wir natürlich als Agentur auch einige Referenten eben mit in dieses Konzept einbringen durften, weiß ich, wovon ich spreche. Und es sind völlig unterschiedliche Menschen mit völlig unterschiedlichen Themenschwerpunkten, die dann wiederum aber auf das Thema Charisma abziehen und das ist wahnsinnig spannend. Und nochmal ein Rückschluss, den ich immer wieder bekommen habe von unseren Referenten, war, wie viel Spaß sie gehabt haben in der Zeit, dass das Interviewformat sehr kurzweilig war, was ja immer sehr positiv ist. Und insofern, es ist nicht nur ein reines Fakt, eine reine faktische Wissenansammlung, sondern es ist sehr unterhaltsam, es macht richtig Spaß, die einzelnen Charaktere dann auch zu sehen und das Wissen mit rauszunehmen, aber vor allen Dingen eben auch diesen Spirit, der dann mitkommt. Und insofern sage ich, absolute Pflichtempfehlung tatsächlich, sich in diesem Kongress anzumelden, genau. Nein, nein. Es macht wirklich riesig viel Spaß auf der einen Seite und auf der anderen Seite nimmt man sehr, sehr viel mit und insofern ein Format, das aufzeigt, dass Weiterbildung wirklich, wirklich Spaß machen kann. Dankeschön, lieber Stefan. Gerne. 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 Vielen Dank.